Okay, let's go! Okay! Hey Leute, was... Was? Ich würde sagen, I can't do this shit, aber... Okay. Sorry. Kein Ding. Schon okay. Okay. Hey Leute, was's up? Molenboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Fuchsboon Leveled Classic mit Ebofuchs. Hallo! Hallo! Molenboons! Wir haben letztes Mal einen Haufen Laufquests erledigt, haben aber noch ein paar offen. Wir gehen jetzt erstmal nach Goldheim und holen uns den süßen Dings da. Nice! Und dann laufen wir aber zurück und fliegen, glaube ich. Was willst du machen? Zurücklaufen dann nach Sturmwind und fliegen, weißt? Ja, ja. Wir könnten... Wir könnten sogar Ruhestein theoretisch dann nehmen. Ah ne, den haben wir noch in Dings, gell? Den haben wir noch in der Speerkupper. Den haben wir noch in der Speerkupper, ja. Und dann können wir ihn da hin nachher nehmen. Bisschen Zeit sparen. Aber ja, ein halbes Level hat's gegeben. Letzte EP. Ja. Durchs Rumlaufen und abgeben und so. Schön. Das stimmt allerdings. Und wenn wir dann 16 sind, dann können wir in Westfall schön geil die Leuchtturmquests noch machen und diese Taschenuhr zurückholen und den Booten und so. Ah ja, den Booten, der D4 ist, ne? Ja, da sind wir grad dran auch. Ja, ja cool. Ich freu' mich auf jeden Fall. Zuschauer, ich hoffe, ihr freut's sogar. Es wird lustig. Da ist ein Hase. Okay. Wenn du den Hasen töten kannst, dann kann ich dir scharf davon. Hey, hey, hey. Hey, lass es scharf. Du hast nur getötet, weil es schwarz war. Gib's zu mir, Rassist. Hey. Ich dachte, ich seh' dich. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Nimm halt die Kur. Die schwarz-weiß. Zack. Was sag's jetzt? Jetzt hast du's wieder gut gemacht. Jetzt hast du schwarz und weiß getötet. Das war jetzt in Ordnung. Jo, jetzt fängst du noch an zu erschießen, Alter. The fuck is wrong with you? Hey. What's wrong with you? Ich kann dir eine Quest abgeben. Ach, Elmors Aufgabe. Hast du die angenommen, oder was? Ja, immer. Clever. So, wo ist jetzt der Süße rum? Ach, das ist direkt der Erste, war das. Lol. Da steht's auch dran, Questgegenstand. Ja, aber der war vorhin noch nicht safe call. Wirklich? Mh. 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 Mal ganz kurz. Gebt euch ein Quest ab. Yeah, yeah. Do it. Do it now. Do it good. Do it fine. Like you should. Ne, das ist die... Ufer ist ein Quest, Muni. Ja, das ist ja Elmors Aufgabe. Wo du nach Loch Modern hochlaufen musst. Ah, ja. Okay. Übrigens, ich konnte grad ähm... Zwo, vier, sieben Zauber annehmen. Wie Zauber annehmen? Ja, halt ähm, beim Kriegerlehrer da unten. Hast du jetzt Zauber als Krieger, bespann er den jetzt? Ja, ja. Ja, geil, Alter. Jetzt pass auf, ich hab nämlich jetzt dann den demoralisierenden Ruf. Ja, endlich. Ich bin nachher aus Angriffskraft von Feinden. Okay. Nehmen wir auch mit. Dann habe ich jetzt ein Schild Haag. Schild Haag. Schild Haag. Schild Schlag. Und Schild Heap. 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 Tieren wo mit. Klingt lustig. Nee? Und Schlachthofhang zwei. Das war sehr, sehr wichtig. Vielleicht hätte ich ja auch mal zum Schirk Hecknärer wieder gehen sollen. Wir haben vielleicht mal gut giftigen. Ich hab bisher immer noch nur finsterer Stoß. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Es gibt hier zuschauen. Mit so was muss ich spielen mit so einem Schurken, ne? Hauptsache feurige Waffe. Komm, du kannst mal wieder aufreißen, sobald du mehr Damage machst. wow das werde ich nie wieder als du jetzt schauen wir mal du bist echt du bist echt op du bist echt richtig op aber ich könnte das einfach so vom herzen vor allem der schug und der macht so viel spaß der passt einfach so auch so zu dir das wird wunderbar ich habe es heute schon mal gesagt habe ich sag es dir noch mal ich kriege gänsehaut bei dem gedanken wenn wir beide zusammen mit der 60 in der schlachtfeld betreten ja da habe ich auch bock drauf aber wir können das ja auch schon du levelst ja deinen schwecken im live stream ja und er wird ja weitaus früher 60 sein wie mein schwecke hier aus der level reihe stimmt und dann machen wir das einfach mit dem hexi weil ich will ja mit dem hexi auch rang 10 angehen und ein haufen er ist laufen ja du wirst mit einem hexi rang 10 werden ja warum ja ich will das set holen und ich will mal ein bisschen pvp machen und im hexi in classic macht das echt spaß finde ich jetzt erstellst du bist unter druck weil ich weiß dass du 51 1 halb ist ja und ich bin level 25 ja aber rang 10 dauert ja auch eine weile ja was steller folgt über den zusammen starten wo wir dann zusammen da bringt meine sämtlichen verpflichtungen für die nächsten wochen einstellen na nie jetzt gehen wir nach sehen ein wieder ok sehen ein hallo was mal sehen ein ja mit der wird ja aber schlecht und der war voll gut ich bin schwecke du kannst mich nicht sehen ein und sichtbarkeit sein und sichtbarkeit sein ja heino herzlich oder so heim du schwein heim geschnetzte wiss so was machen wir das alles dann in nicht viel wir geben eigentlich nur diese bruderschaft quest ab dass wir dann nach westfall können weil der schickt uns danach nach westfall schön glatt ja gut 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 zurück zu werner achso und die dings auch die alkoholquests geben wir natürlich auch ab wie geil da heißt einer werner die murloc sind da ich habe bei der way voll viel baffhut wieder weil ich gekocht habe auf kamera hier ich bin jetzt 60 schon kochkunst und ich habe mir nichts gekauft nur mit zeug was wir gefunden haben alter das ist ist aber gerade voll cool weil du kochst auf cam und ich kauf und ich koch mit cam das stimmt holy shit dude mind blown peng 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 was ist das kupfer so langsam könnte mal das nächste kommen was bin ich denn beim bergbau ich bin tot ich muss über die planke das wäre so cool wenn man das einstellen könnte dass der nacht ist immer ein salto macht wenn man springt weil ich dann hier drüber durchlaufen ja 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 da muss man zum berner werner oscar die hufeisen jetzt kann ich der quest abgeben annehmen sammelt weltschuppen bauch hätte ich habe doch forscher alle angenommen das bellen der knolle das hatte vorhin ja ich habe jetzt die bauchschuppen und das bellen der knolle gerade angenommen hä aber wieso da ist doch nur elmoors aufgabe übrig bei mir was ist die elmoors aufgabe das habe ich nämlich zum beispiel das ist die die dich nach dings schickt der preisverhuf an nein das habe ich vergessen abzugeben vorher in goldheim scheiße habe ich doch gesagt wir müssen da hin noch ein strich für die rechnung zack 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 so botschaft nach sturmwind und dann geben wir noch die dinge ab jetzt habe ich gerade voll sind oben vor dem lied kennst du das liebnis ist what's wrong with you hey what's wrong with you hey we can break the wall wo es gibt es da willenskraft sagten uns haben das geld wieder zurück ja im bild im bild im was hast du sind umgegangen wir haben geilen umhangen alle habe ich nicht noch den ane folgenden ok ab geht's nach nach deathfall once again once upon a time once again au imperator furiosa will drive to the bullet farm once again was sagt er noch ich weiß es nicht mehr muss man wieder anschauen hast du gerade wie gargum leviosa gesagt nein aua imperator furiosa und weiß ich eine aua imperator furiosa das ist aus mad max man fury road wenn der der im morden show schickt furiosa los zur bullet farm und erhält das so eine epische ansprache ich schaue den immer auf englisch weil ich lieb den auf englisch also sperrkuppe westfall hätten wir jetzt eigentlich auch ruhe steigen können scheiße egal egal weil du mich mal ablängst mit dem small talk man ist ja wichtig moni warum hast ich wie ein gardium leviosa gesagt ja ich möchte nichts sagen was ich gestern gesagt habe was du da verstanden hast bist du eigentlich eher der kaber oder kaffeemensch moni wenn dann kaffee ok ich mache nämlich kabel sehr gerne ja es schmecken tut es mir auch aber das ist halt weiß nicht ist einfach nur zuckerwasser oder zuckermilch mit marshmallows und so sagen und so schweiz nee das ist viel zu süß sollte man machen sollte man machen nein das ist viel zu süß das ist eklig ich mag auch nicht zu süßen kuchen oder so ich mag nur so wie nennt man das so trockenkuchen nicht trockenkuchen so so bröselig weißt du mäßig so glatt so zitronenkuchen oder so fluffiger oder so käsekuchen oder apfelkuchen aber schwarzwälder oder bienenstich never echt nicht vor allem bienenstich ist finde ich der ekligste wo es gibt da ist so süß immer was ja da ist ja was ist da du hast doch gestern oder wann hast du gebacken gestern am mittwoch am zehnten juni am zehnten juni war das vorletzte woche oder so vorletzte woche oder so vor einem jahr ok auf jeden fall ja da war ja honig zucker und noch diese mantel röstel raspeldinger und ja es ist ja alles eigentlich nur zucker in einer anderen form ja das stimmt man könnte sich ja nur so kleine stück da gibt es andere sachen dass viel mehr zucker drin glauben ja ja aber ich mag ich mag das nicht auch tiramisu und die ganzen ds crème brûlée scheiße alles geweckt damit war creme brûlée können sie mal wochen ich fache die ganze küche macht es please alter creme brûlée à la gueule creme brûlée what you gonna do with you jetzt haben wir zwei nachrichten für ihn guck ja voll geil oder voll überfordert was soll ich alles lesen der ist total überfordert er schickt uns erst mal wieder nach sturmwind jetzt hat er vier briefe von uns kriegt wait wir müssen noch mal zu solomon jetzt reicht es aber haben wir jetzt wir haben keine ruhe steile aber lass uns das wir müssen ja jetzt nach sturmwind zu matthias schon dann lass uns hier die taschenuhr mitnehmen ok tisch ja auch in sturmwind für baros alex ton ok dann haben wir das wenigstens schon mal erledigt deswegen lustige von wir laufen mal nur aber trotzdem man unterschätzt es guck mal wie viel xp wir haben ich habe fast level ab jetzt das ist echt viel ja durch diese ganze hin und her lauferei machst du ein level genau ein level und das ist man das ist das level was den meisten leuten fehlt wenn sie sagen oder schuraya wenn sie sagen sie sind zu faul immer so viel zu laufen und zeug warte wird sie angegriffen ich habe ich hab ich bin lehrwander tanzen lehrwandler also real sieht echt nice aus der der hexi Yeah, sie danced! Yeah! Nice! Alter, wieso wir mit dem Hindern wackeln? Das wird mir jetzt ein bisschen... Ein bisschen zu sexy wird mir das hier. Tschüss! Können wir ihr irgendwas geben? Braucht sie irgendwas? Merlock-Auge braucht sie doch bestimmt, oder? Handeln? Merlock-Auge. Geilverzahn, lieber! Wenn du noch irgendwas übrig hast, ja. Handeln! Zack! Sollen wir auch ein bisschen Buff-Hut geben? Ich geb ihr auch ein bisschen Buff-Hut. Die braucht's bestimmt. Kräutergebackene Eier. Ich hab leider keine Hopfen mehr. Ich hab auch nichts mehr. Tschüss! Slash-Winken! Kräutergebackene Eier! Jetzt muss er das unbedingt einmal nachkochen. Die Kräutergebackenen Eier, die schauen so lecker aus. Eier, eier, eier. Mh. Ach Trimuni, pass auf, dass du uns ein Fleisch reißt. Ey! By the way! Ich war hier mit meinem Paladin. Ja. Und hab diese Staubteufel gefarmt. Ne? Für diesen magischen Staub-Pvp-Item. Oh, da kommt schon einer! Was? Da unten ist einer. Gleich rechts von uns. Ein Staubteufel? Ja. Ah, der ist nur 18. Können wir ficken. Und ich hab kein einziges Item gekriegt. Ich war sicher eine halbe Stunde am Farben. Ich glaub ich hab 15 bis 20 getötet. Okay, das ist wenig. Also du warst mega lucky, als du das da neulich gelootet hast. Nice. Ja, nix. Aber wir konnten uns rechnen, Muni. Das war die Rache. Für Episode 10. Oder was auch immer. Das ist halt so geil. Wenn man sich zu antwortet, wieviel Schaden das du machst, aber gleich zu mir. Die Folge war für sick, Alter. Ja, ey. Wee! Wee! Vielleicht kriegen wir noch die Schatzquests, wenn wir dann die Küste aufräumen da unten. Boah, die Schatzquests, die war so schön. Ich hab das so gefühlt. Hier ist es. Opfen und Ockerschotten. Braucht man nimmer. Können wir nochmal Shuraya geben, wenn wir sie nochmal treffen. Ja. Das schaut so schön aus hier einfach. Hey, ja. Ich war ja eben hier farm. Und ich hab abends gefahnt. Abends ist der Himmel hier rosa. Rosa-orange. Das sieht so geil aus. Wir müssten echt mal abends aufnehmen. Okay. Let's go. Okay. Ich hab drei. Wir holen den Kompass. Ach, da holt man den. Ja. Ich hab mich fest abbrochen, weil ich wusste, was ich machen soll. Achso. Nice. Da drin wahrscheinlich irgendwo, ne? Im Haus? Ja, genau. Die Schatzkiste, die da drin steht. Alter. Bums ich die weg, du. Ist ja insane. Insane in der Membrane. 97, 78. 50. Johohoho. What? Jetzt hätt wohl nicht so verdient. So verdient. Ich hätt schon noch wo du hast zweimal vorgegen Waffe. Ah ja, das ist ja pervers. Mhm. Und jetzt da noch die Gifte. Oh, da drin ist er. Stimmt, die Gifte kommen ja auch noch. Ja. Ja. Okay. Nice. Hamas, gehen wir zurück nach Sturm Windau. Und da können wir gleich in Gold halt die Dingquesten aufgeben für dich. Naja, das mach ich mal. Das war offscreen. Das war ja mein Fail. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal hinrennen. Aber gehen wir ja sowieso, wenn wir noch. Oder willst du für eine Sperrkuppe zurück? Ja, ja. Sperrkuppe und fliegen. Achso. Okay, okay. Willst du nicht von hier nach Sturm hinlaufen, ne? Halt jetzt schon. Aber. 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 Gibt's da irgendwie eine Möglichkeit, die Haltung zu wechseln, Moni? Glaubst? Ein Bartender? Hä? Was? Mit, mit, mit dem Makro oder irgend sowas? Nein. Und da ist der Bote. Oh man. Mhm. Ich mag ja dich für später, Bitch. Lol. Du denkst jetzt dann nur da. Ah ja. Ich hoffe es. Ich würde es mal wünschen für dich, Moni. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Du kannst doch einfach Haltung wechseln. Dann wechselst du die Haltung. Was willst du machen? Ja, genau. Aber ich möchte irgendwie eine Taste dafür auf Haltungswessel. Du kannst doch alles mit Hotkey belegen. Okay, hab ich. Hä? Ha! 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 Schau her! Gott, wie siehst du aus, Alter. Als hättest du einen epileptischen Anfall oder so. Nice. Easy. Okay. Haben wir alles. Ich möchte bloß wegen Sporten oder so einmal. Haben wir eigentlich schon ein Wort für die EP? Nicht, gell? Nein. Haben wir nicht. Okay. Kommt noch. Kommt doch. Kommt doch. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich schon wieder, Moni? Bei, ich glaube, 21 ungefähr. Was? Ja, wir fliegen da jetzt hin und machen... Dann hab ich Level Up. Und dann, äh... Gucken wir mal weiter. Dann gibt's einen Luki, Luki, Luki. Vor den Moni, Moni, Moni. Das können wir in Sturmwind abgeben. Das können wir in Sturmwind abgeben. Das müssen wir in Seenheim abgeben. Das muss ich in Gold einabgeben. Ja, die Hufeisen-Quest, die hab ich komplett vergessen, ja. Scheiße. Das macht nichts, Moni. Das passiert die Besten mal. Ja, das passiert den Besten, gell? Das kann jedem passieren. Und du bist einer der Besten. Gell? Das kann einfach passieren. Ist halt so. Das meine verwittliche Ernst. Ja, ich weiß. Ich weiß. Normalerweise vergesse ich die auch nicht. Ich hab einfach nicht ins Questlog geschaut. Mhm. Voll schön, wie man hier am Fluss entlang fliegt, gell? Und das ist einfach sowieso ein gutes Fortbewegungsmittel. Ja. 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 Bequem, hübsch. Ich find seine Vorderfüße, die hängen da immer so ein bisschen leblos, als würden sie einfach so rumbaumeln. rumbaumeln. Ja, aber ich find das, ich find das gerade irgendwie sehr, sehr attraktiv, muss ich sagen. Wenn es einfach immer nur so leblos da hängt, obwohl da so ein Leben drin ist. Was? 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 Wovon reden wir hier? Von den Füßen? Okay. Also. Gehen wir zuerst zum Shaw oder zum Alexdon? Zum Shawi. Das ist geil, weil dann krieg ich Level Up und dann ist da hinten bestimmt irgendwo ein Schurkenlehrer. Ja, der Shawi ist doch Schurkenlehrer. Ne, der vorher ist Schurkenlehrer. Geil, Alter. Heiß, Muni. Let's go. Du bist Level 16. Level 16. Da krieg ich bestimmt geile Fähigkeit, Alter. Mit Sicherheit. Bestimmt so One-Shot und so. Krieg ich eigentlich mal Hinterhalt? Habe ich schon? Ne, habe ich noch gar nicht. Den müsste ich jetzt mal kriegen dann. Das habe ich aber auch noch nicht bekommen. Was? Glaub ich. Und ich benutze es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Niuuuu. 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 Dieser Schuhklärer. Hey, ich habe jetzt hier was entdeckt, Muni in Sturm und. Ich spiele schon so lange wie wie, aber das habe ich noch nie entdeckt. Was denn? Eine Gasse. Nice. Kennst du die Gasse? Ja. Ich kenne alle Gassen. Das gibt es nicht. Jetzt schickt mich der eine nach Rotgab und der andere nach Westfall. Geil, Alter. Geil, Alter. Geil, Alter. Also diese Schmugglergasse da. Ja, die Schmugglergasse. In der Altstadt meinsch. Oder meinsch hier im Zwergenviertel drüben. Nee. Ich dachte, Jack ist letztes Jahr. Warte, ich wollte kurz zum Lehrer. Oh, hella. Yo. Holy shit. Aber ich war seit Level 12 nicht mehr, by the way. Ach, ja. Schloss knacken. Stufe 16. Ausweiten. Rang 3. Rüstungsschwächen. Oh. Jetzt werden sie noch schneller umfallen. Erdrosseln. Finte. Finsterer Stoß. Rang 3. Tritt. Ich kann jetzt kicken, Fuchs. Und Meucheln. Rang 2. Yes. Ich darf doch nicht mal zum Lehrer. Na. Ich muss erstmal alle Fähigkeiten in die Leiste ziehen dann. Das muss nicht. Wurde nämlich gesagt. Na. Sie sind nicht in der Leiste. Also die Verbesserungen. Weil du nicht mit Warnach spielst. Ja, ja. Das nicht. Die sind da. Aber die Rang 1er. Die brauchen jetzt alle erstmal. Tritt. Äh. Finte. Ja. Erdrosseln. Benötigt Verstohlenheit. Warte mal. Äh. Rüstungsschwächen. Nice. Wo gehst du eigentlich gerade hin, Muni? Äh. Aber wir müssen zur Kathedrale müssen wir. Mhm. Dachte ich mir doch. Ja. Ich bin gerade am Fähigkeiten gucken. Nice. Macht ja Spaß, Muni. Wie gefällt dir bisher der Schurke? Muni käme nicht so gut. Echt nicht? Das ist nice. Ja. Obergeil, oder? Ja. Ist okay. Oh, ich verliebt mir die Klasse. Einfach nur schlitzen und schleichen. Ich hätte mal gerne noch eine Fähigkeit, die Kombopunkte aufbaut. Statt immer nur welche, die ausgibt. Ja. Findest du einen Stoß, Muni? Ja toll. Ja, hast du schon eine? Naja. Was will ich mit einer? Ich will zweimal. Ich mein, Meucheln, aber ist halt Dolche. Mhm. Wo gehst du hin, Fuxi? Im Rathaus. Ja, 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 ja. Ich hab gesehen, wie du reinlaufen wolltest. Aber hier eigentlich finde ich sowas richtig schön. Das hier zum Beispiel, dieser ganze Block da mit dem, rechts oben, mit dem, möchtest du mit diesem Ding, wo da rauskommt und so. Ja. Ich finde, dass wenn man jetzt hier eine Eingangstür machen will, dass man dann hier Housing und WoW betreiben könnte. Das wäre jetzt so geil. Ja. Housing. Gewünscht seit der Beta, 2004. Wird's wohl niemals geben. So, haben wir das auch fertig? Nice. Ah, und jetzt könnten wir theoretisch, obwohl wir, wir müssen, wir können immer nur nicht den Boden machen. Wir müssen nochmal ins Rot kommen. Okay. Ja. Und ich habe auch die Schuhecken-Quest auch im Rot kommen. Ah, das ist ein coole Quest. Ah, ja. Oh. Oh. Ja, oh. 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 emma und meine alten emma oder manchmal topper mcnapp ist der bettler der hier immer steht ist ganz gut also das fliegen wir jetzt noch mal rot kam ja alte emma sagt bloß finde braucht auch die sofort energie macht das nicht wenn wüsste jetzt finden ja generell aber eure bedrohung über ein kleines maß verringert und die wahrscheinlichkeit senkt dass der feind euch angreift das ist einfach nur ein aggro reducing classic ja ach so langweilig warum was ist das normalerweise na das war immer so also nicht immer aber halt so ein def cd wo noch deine deine den schaden den du kriegst durch flächen zauber es oder so steht ich habe das ding benutzt das wollte ich nicht ich habe die lampe ausgemacht aus versehen alle wurde hinter dir alle ok jetzt ja ich habe auf die fernbedingungen gedrückt aus versehen ausrufezeichen blub das ist nicht aktiviert gerade tut mir leid das war lustig wird die die lampe steuern während im let's play oder was wird mit der lampe spielen ich bin der lampenspieler schafft mich an und bin endlich auch heute der lampenspieler bitte benennt sich bitte um ich habe sehr sehr viele wörter sogar oder namen ich habe wirklich sehr viele namen ach ja zum beispiel der pimmelberger nehmen dr erben was der gaukler von user es waren zwei mehr fuchsböcken ipo fuchs welter mal besser bernd messerbären zum beispiel ja doctor der metamorphose lustwahl fand ich am geilsten das hat dir gefallen ja der lustwahl stellmoni der floor ist lava speed edition oh feiner bin ich ins wasser gefallen ich bin ins wasser gefallen alter das war gut guter run ich kann bitte jemand die zeit stoppen ich brauche einen speedrun speedrun über die brücke oder was das wäre lustig so äh botschaft nach westfall ok das ist jetzt erstmal vorbei hier wir sind die botschafter von westfall der schickt uns dann nach dunkelhain wenn wir groß genug sind nice und dann wo läufst du schon wieder du musst vor zum schurkenlehrer du musst zum schurkenlehrer lucius das ist ein lustiger hund alter die hand des chaos arant hier wer bist du denn junge hallo ich bin ja wir beide schon seit jahren diebe schließlich und nicht jeder langfinger mit anmut und finesse den alten lütz ist geboren oben an der straße findet ihr all das mühle ich hab dort oben eine truhe mit wichtigem inhalt holz für mich ok öffne die schließkassette nehmt mann der diebeskunst zertifikat der diebeskunst krieg ich dann da schau ja das musst du durchlesen das zertifikat wenn ich es hab ja ok he zapppalapappapp achso jetzt können wir ruhe stein nach west vor in soul stone benutzen den hausen haus下 haus Hallo. 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 Ich denke, wie früh das es dann lang gedauert hat, mit so einem schlechten PC. Ah ja. Fünf Minuten. Gut. Ich mache mir schnell einen Kaffee und ist ein Stück gekochen. Bis gleich. Danke. Okay. Ich bin fertig da. Da sind wir da. So. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, dann haben wir jetzt dann die Boten-Quest. Und dann können wir nächste Episode quasi die Leuchtturm- und die Boten-Quest machen. Das wäre nice. Ja. Spürt den Boten auf. Perfekt. Jetzt sind wir wieder im Rennen. Nice. In the run. Vorbei. Vorbei mit hin und her laufen erst mal. Nice. Nice, guys. Wenn euch die Episode gefallen hat, bewertet es positiv. Schreibt Kommentare. Schaut mal bei Fuchsi oder bei mir im Livestream vorbei. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni. Ich bin der Fuchsi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Es ist gut. Tschüssi. Das ist gut. Tschüssi. ildo. Vielen Dank.